das essen oder die troje aufmachen ist natürlich auch eine nette option anstatt zu essen muss ich schon sagen also essen oder troje aufmachen mache ich beides gerne auch meine freizeit okay zwar noch jetzt immer noch schwarz braun rot gelb grau bla da würde ich sagen was wir machen können einfach eben einer persönlichen lieblingsfarb wahlordnung anordnen eigentlich wird jetzt grün kann man dreck gründer noch mal grün sieht im endeffekt denke ich mal kacke aus dann machst mir auch braun grau und ich würde sagen die auch immer jetzt einfach jeweils unterschiedlich an blau grün hui 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 du kommst weg gott das braucht und lässt die braune hui hui jetzt die weiße kurz hui hui wieder die blaue hui oh verdammt ja da können wir ja dann kreativ sein hauptsache wir haben hier einen schönen bunten teppich rumliegen und auch schöne musik immer wieder von uns selbst gespielt dann die rote wie die grüne orange geile musik wenn man auch jetzt das höre ich da brauche ich gar nicht hoch gucken so weit weiß ich instant dann kommt jetzt in zukunft ab der stelle nein halt kommt hier wieder die gelbe hin wir sind manchmal durch ich glaube das werde ich dann auch beim dings machen bei unserem strand tour jetzt mache ich irgendwie noch ganz wenn man wirklich lust haben merkt man vielleicht da können dunkelgrüne rein da noch eine rote da eine blaue hoffentlich reicht uns das ganz ich meine darum ist noch ein bisschen obwohl da schon das enthält der orange der grau daran gelb und dann nein nein nicht nach unten ort sieht voll geil aus von unten ich darf ja nicht vergessen auszuleuchten vor allem in der ecke nicht da ist es dunkel die dunkel weiß weiß die letzte grau mal hierhin gelb grün grün blau da muss frei sein grün jetzt noch mal die ordnung einfach so hier da und dann hat es sich blöd blau blau grün wenn wir die grüne mal weg hier mit blau orange in die ecke dunkelgrün rot und immer mal mit orange vor ins abschluss ja wie sieht das von unten aus gefällt mir schön bunt wie ich davon ein einziges abnehmen kriege so weiß ich noch nicht weil so ich immer noch genügend da so haben wir gleich schon dabei ich habe nämlich gedacht wird noch lassen dabei gehabt dann würde ich sagen mache ich jetzt mal eine eigene kiste für wolle und farbstoff müssen wir hier noch noch eine kiste drin haben nein nur drei werkbänke wer braucht was braucht man mehr sonst als drei werkbänke bitte drei werkbänke das braucht man immer immer das braucht man instant immer zwei trug aus 16 holz meine damen und herren das sollte man wissen ich laber scheiße ich weiß dass mich einfach alle in ruhe schaltet sofort nicht ab dann kann ich aber auch die seite wieder schließen die seite schließen das verkleinern und sehe dass wir schon fast eine dreifelstunde aufnehmen habe ich ja gar nicht bemerkt man ich war komplett irgendwie konzentriert gritze mit mir mal blb 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 blble blb blb bl- Dak Prozent die Gefühle Prozent für die Führung Abbaupen Euro die Bildung die Bildung ist dann noch ein Platz zu fliegen und jetzt kann ich endlich das Städte das ist schon die ganze Zeit total sinnlos bei mir wird auch und ich bin hier eigentlich egal wolle schrägstrich farbstoff nein farbstoff und hier unten noch Zeugs ja wolle schrägstrich farbstoff und Zeugs ja jetzt kann man hier wieder befüllen wo ist meine Axt da ist die Axt ja eigentlich wollte ich das ja im Turm drüben machen aber im Turm drüben werde ich jetzt was anderes machen habe ich dann noch eine Spitzhacke irgendwo rumfahren hier vielleicht hatte ich noch ein Thumbnail kurz machen oder kurz da hoch gucken für ein Thumbnail ich habe gerade ein bisschen übersteuert aber das macht nichts ich sehe gerade am Einkaufstisch noch irgendwas offen ist das ein zweiter Launch gleich mal gucken okay okay jetzt soll ich gucken da noch eine Spitzhacke drin nope nope hier eine drin nope hier eine drin nope hier irgendwo eine dann machen wir uns kurz eine eisenspitzhacke an die sich jetzt fragen überbrochen das spitzhacke ganz einfach ich brauche nämlich eine spitzhacke mit ding ist mit behutsamkeit weil ich meinen bücherregal und meine um mein ding so verlegen will mein enchantment table und deswegen wird habe ich die spitzhacke ist behutsamkeit die kann man dann auch mal wieder für andere sachen benutzen schon mal glas umsetzen muss oder man eisen eisen eis braucht dann kann man die benutzen wie viel kostet eigentlich behutsamkeit 6 level kann man gleich mal loslegen ich hätte leichter mit einer axt gemacht aber leute wir haben zeit we have time and as we are young we are cool den kann man mitnehmen und die einen raum hier unten kann man dann eigentlich zu man und ich glaube soll ich verlegen ja doch kommen weil ich finde wie ich finde irgendwie das studium es war damals net wo wir es neu gebaut haben auch im special brichter man es den englischen vergessen habe heute war ein special hat ewig gelaufen vergessen das war ein special aber naja dann würde ich sagen legt man den dingsbums auch um und dann bauen wir hier eben zu mit klicks tun aber natürlich die kohle nebenbei auch noch mit wenn es inzwischen so freudig oder wenn man es ein so freudig angeboten wird dann müssen wir natürlich mit nämlich mein wer werden wir denn da jetzt einfach nein zu sagen ich meine wir sind ja höflich nuss und hat und haben uns ja die höflichen tugenden beigebracht war hier noch eine da noch was das noch ab dauert ja nicht lange dauert echt nicht lange lol spitzhacke forse win viel level da können wir wieder ein bisschen level farben gehen muss ich mich auch mal wieder sein das habe ich ein stein abgebaut das wollte ich nicht mal hat hat man gesagt überhaupt gewonnen ich baue da mal noch mal ein stein ab das lässt sich da nicht vermeiden dass er schnell allerdings spitzhacke auf das andere abzubauen so dann würde ich sagen wir mal das nach und bauen jetzt erst zu nein ich möchte mal ein stein da reicht so gibt meine klicks er vielleicht kommt hier oben wo es sich hier unten offen lassen nein ich hätte es in raum auch so lassen können aber vielleicht vielleicht kommt irgendwann wieder was dann kommen wir wieder aufbauen oder auf machen so gesehen ist ja kein problem ich habe schnell gemacht mit der spitzhacke habt ihr gerade gesehen hat da wie schnell wir das portal weg hatten das geht dann wieder verdammt wieder super schnell mit supersonic mega speed ja ich ja einfach mal komische weiß mich auszudruck dann geben wir halt hier noch ich möchte sie eine ganz ausgefüllt haben da da dort 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 du liest mich nicht gibt ich nicht blablabla hole System wir unten noch rein ihr perfekte perfekte merkt man hier einfach auch so zu als hätte es hier nie was gegeben vorleugnen einfach dass sie mal irgendetwas war sie die musik ich habe es doch gewusst müsste oder läuft aktuell auch wieder aber leider nur bis freitag obwohl die folge wahrscheinlich schon nach vatergasse vergessen was ich gerade gesagt habe erstmal instant irgendeinen scheiß labern ja und das kann man so eigentlich lassen obwohl halt wenn man dann ist hier noch mal eine pflastersteinreihe hin haben wir gerade ein paar pflastersteine abgebot wo sind denn die 19 stein 3 pflasterstein haben wir richtigkeitshalber ja passt so will ich sagen dann bringen wir die doch gleich mal rüber zum sturm feuerzeug haben wir wahrscheinlich nicht dabei haben wir noch eins oder muss ich ein neues kürzen ich will nämlich nicht sein wie gronk und dann acht feuerzeuge in meiner kiste haben naja da ist das kopf hat sich doch gelohnt nachzuschauen fliegen ist noch an ah ja ich sage immer nachdem wir das hier drüben aufgebaut haben dann noch kurz ein bisschen aufjagd hey enderman hallo hey enderman tja was machst du jetzt ich bin in der luft sind ja auch keine augern augern aughaus aughaus doch dahinten aber da wollen sie uns sollen sie uns nicht stören da können sie nicht wieder unser haus zu stören gott sei dank so